Hallo, hier ist der Martin von Meine Monkeys, das ist die Dachsanalyse für nun Dienstag, den 29.08.2023 und ja, der Dachstatt, die Ruhe weg. Das war eine recht ruhige Veranstaltung zum Montag. Wir sind mit kleinem Aufwärtsgab reingekommen, auch schön in die 7.57.87 reingelaufen hier und dort hat man gesagt, das wäre nochmal okay zum Start, einmal kurz drüber, dann wieder abtauchen, wenn er schnell genug macht und schön Druck aufbaut, dann wäre das unten heraus auf jeden Fall Potenzial, insbesondere unter 15.600 mit einem Knack nach unten, dass er dort ein bisschen Tempo reinkriegt. Hat er nicht gemacht, kann man rausnehmen, ist nicht drunter gelaufen, war hier oben, hat die 7.57.87 abgespielt, aber viel zu früh, schon wieder hochgedreht, die 6.70 schon wieder genutzt, um aufzudrehen. Neues Tag ist auch nachgeschoben und das ist auf jeden Fall immer so ein Punkt. An einem Montag, egal, Mittag, Nachmittag, wenn da nochmal neue Tageshochs kommen, geht das eigentlich fast immer. Auf Tageshoch, Tagesschluss raus. Er hat eine leichte Verkeilung drin, aber ich muss auch darauf hinweisen, dass mir jetzt hier auffällige Überlappung des Bewegungsablaufs haben. Es kann sein, dass er es probiert, seine beherrige Welle hier nochmal zu klonen oder sich zumindest daran zu orientieren. Würde quasi so aussehen und ihm jetzt hier definitiv dann auch noch Platz einräumen. Bis da oben zu laufen, ist natürlich nicht garantiert. Wisst ihr, kennt ihr, seid ihr lange genug dabei. An der Börse ist nichts gewiss und wir sind keine Hellseher. Wir versuchen es auch nicht zu sein. Wir wollen nicht die Zukunft hervorher sehen. Wir wollen nur gucken, wie bewegt sich unser DAX denn üblicherweise in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit und unterstellen einfach, dass er das dann in der Zukunft eben, oder was heißt in der Zukunft, am morgigen Tag ähnlich machen kann. Und wenn wir sehen, dass das ähnlich macht, handeln wir das und wenn nicht, dann nicht. Ja, ganz einfach. Ohne großes Hexenwerk. So funktioniert es. So, und jetzt sind wir drüber über dem Trigger, haben auch über der 800 sogar einen Tagesschuss geschlossen. Und es sieht mir eigentlich, naja, könnt ihr euch erinnern an den einen Tag, an den Donnerstag, wo ich euch gesagt habe hier, ich glaube, das war der Tag, ne, wo wir gesagt haben, das sieht so eindeutig nach unten aus, passt da ein bisschen oben raus auf. Und so sieht mir das hier fast so eindeutig nach oben raus aus. Also passt da auch ein bisschen auf. Sollte der unter 15,87 rein starten. Relativ früh. Unterbeten. 15,785. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir sogar nochmal unser Montagstief zurückfallen. Also das wäre dann die 6,70. Und dann würde er wahrscheinlich auch nicht so doll hoch zurückkommen. Also vielleicht nochmal eine 15,67 von unten anlaufen. Also das ist jetzt wirklich eine Ausnahme. Ne, nicht für dich verstehen. Wir sind über der 800. Er hat sich positiv eingetriggert. Der kann jetzt hier oben reinlaufen in die, in die Ziele hier. Insbesondere die 49, 59. Definitiv. Ohne Frage. Und das wäre jetzt das naheliegend. Das wäre auch charttechnisch sinnvoll, die zwei Kästchen jetzt hier zu nutzen. Habt das jetzt ein bisschen gedanklich abgekürzt, um auch schon einen Sprung weiter, ohne die Sätze aber auszusprechen. Also ganz klar kann man sagen, repliziert der Markt die Bewegung. Zack, hier nochmal nach oben. Hatte Potenzial bis 16,000 auf jeden Fall. Definitiv noch. Ne, das heißt, sehen wir unseren Nax stark. Kann natürlich über 15,800 bleiben. Ist er nach oben gerichtet. Weiter unterwegs. Aber, wie gesagt, so, jetzt hab ich das für euch nochmal den, den übersprungenen Gedanken zu Ende gebracht. Jetzt springen wir wieder zurück. Solltet ihr aber das nicht machen, so wie er am Donnerstag eben auch nicht einfach gefallen ist, weiter. So eindeutig, wie das aussah. Und er kriegt zurück und haut sich hier unter 87 wieder zurück. Dann wird er schon vorsichtig werden. Aber eigentlich wird das mir auch schon reichen, wenn er unter 87 zurückfällt. Als, ähm, ich sag mal, ein Startsignal, um hier den Tag dann doch wieder zu kontern. Ja, also wenn er unter 87 fällt, rechne ich mit einem neuen Tief unter, ähm, unter dem Montag. 67, das kann auch sogar bloß 67, das kann auch noch reichen, Punkt. Dann wieder zurück, vielleicht auf 7, äh, 6,70, dann zurück auf 67. Und dann wird er wahrscheinlich nochmal abkippen. Und wenn er dann zum Nachmittag auch nochmal neue Tagestiefs hinterher legt, äh, könnt er sogar nochmal eine richtige Strecke nach unten probieren. Vielleicht sogar, dass es dann ähnlich wie von dem Ausmaß wird. Wenn er das jetzt nach unten schrubbt, kommt er auch bis 500. So ein bisschen gucken, wie er sich verhält. Aber ich möchte eigentlich nur sagen, er ist jetzt hier erstmal auf dem positiven Trigger, er hat unten raus seine Chancen nicht wahrgenommen. Er kann gut und gerne die Strecke weiterlaufen, auch locker 900 erreichen, 940, 950 erreichen, selbst sogar 16.000 sind denkbar. Außer eben, der haut unter 87 da rum. Ich will den für das positive Bewegungsverhalten definitiv oberhalb der 800 weitersehen. Und als er dort auch bleibt, geht er unter 87, wäre ich vorsichtig. Weil das eben dann fast nochmal ein neues Tief hier unter dem, also ein neues Wochentief mit sich bringen kann. Ne, dort würde ich ein bisschen aufpassen. Gut. Ja, das soweit dazu. Montag ansonsten relativ dürftig. Also ich glaube, na gut, am Ende waren es jetzt auch 80 Punkte. Über Tag ist Eröffnung. Aber es wirkte recht ruhig. Ruhig mal wieder, also so wie letzte Woche Donnerstag, da hat das ein bisschen Spaß gemacht, da hat man ein bisschen Lust bekommen. So wie der Montag war, ich glaube, da haben nicht viele richtig Bock bekommen. Das war tolle Träge, war eh nicht wie der Freitag. Ja, aber er kann auch zum Dienstag, so einen trägen Tag nochmal hinterher und zack, stehen wir an der 16.000, deswegen oberhalb von 15.820, 15.800, bekommt er seine Chance, da oben noch wahrzunehmen. Aber nutzt er die nicht, kickt er das wieder um, so wie Donnerstag bloß gespiegelt jetzt. Dann würde ich schon denken, dass wir hier wieder am Montag einfach zurücklaufen, einfach wieder zurücklaufen. Gut, ich mache aus, wünsche euch Spaß, gutes Gelegen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Video. ... ... ...